Mit dem Kameramonitorsystem wird die Sicht verbessert. Zum Beispiel durch eine Weitwinkelansicht beim Rückwärtsfahren. Durch den Überwachungsmodus wird die Sicherheit erhöht. Die Sicht bei Nacht wird dank Infrarottechnologie optimiert. Und auch bei wechselnden Lichtverhältnissen wird die Sicht verbessert. Durch automatisches Schwenken bleibt immer das Heck im Bild. Und die Kamera auf der Beifahrerseite verkleinert den toten Winkel.